so freunde heute werde ich euch zeigen wie man das vorderrad richtig montiert man muss dabei beachten dass die bremscheibe zwischen den bremszangen geschoben wird rad nehmen hinein schieben und jetzt links und rechts die muttern anziehen und zwar mit einem 10er gabelschlüssel fest anziehen fertig bis zum nächsten Mal